Hallo? Manuela, schau da nicht hin. Wissen wir schon, was das ist? Stumpen, sagt der Lehrer. Als Folter oder Sexspielzeug? Der Zweck ist wohl, sich nicht mehr wehren zu können. Ja, das hat ja auch funktioniert. Der erste Schlag trifft ihn am Auto, da ist jede Menge Blut. Die Kollegen meinen, er läuft zu Fuß in den Wald, wahrscheinlich bis hierher und dann zurück zum Wagen. Alleine oder schon in Begleitung seines Mörders? Keine Ahnung. Und am Auto geht's dann los. Er läuft weg, versucht sich zu retten, schafft es aber nur noch bis hierher. Da war er schon schwer verletzt. Jeder weitere Treffer war tödlich. Da war ordentlich Wut im Spiel. habe das Sorten aus angefangen. Sie haben